Zu Beginn der neuen Woche startet uns der Winter einen kurzen und sehr bescheidenen Besuch ab. Und zwar in der Bergwelt. Ein kleines Wintermezzo. Danach droht tatsächlich das nächste Sturmtief. Aber zunächst kann man zumindest auf den Bergen ein paar Schneeflocken fallen sehen. Montag und Dienstag, speziell in höheren Lagen der Alpen, kann es so ein kleines Wintermärchen geben. Für wirklich ganz kurze Zeit. Wie gewonnen Sozeron wird es dann kurze Zeit später heißen. Denn das nächste Sturmtief zieht dann von der Nordsee rein. Dann wird das Meer deutlich aufgerauter sein als noch am Freitag. Und dazu gibt es auf den Bergen auch mächtig Sturm und dann schon wieder Taubetter. Das nächste Tief kommt dann auf uns zu mit warmer Luft. Aber derzeit liegen wir im warmen Sektor dieses Tiefs hier draußen auf dem Atlantischen Ozean. Zustrom subtropischer Warmenluft. Und wie gesagt, zu Beginn der neuen Woche, speziell Montag, Dienstag, wird es mal vorübergehend ein bisschen kühler, ehe die milde Luft mit großer Kraft und Entschlossenheit zurückströmt. Und das Ganze mit sehr viel Wind, vor allem Mitte kommender Woche, kann es tatsächlich stürmisch werden. Wie gesagt, speziell auf den Bergen und an den Küsten. Am Samstag ist es meistens trocken. In der Nacht zu Sonntag zieht dann von Westen das nächste Regengebiet herein. Tagsüber am Sonntag dann oft trübes Wetter, speziell im Osten regnet es öfter mal. Genauso wie im Süden, im Nordwesten mit Lücken, paar Wolken, Lücken hinter der Front. Am Montag wird die Luftmasse dann instabiler geschichtet sein. Dann kann es im Berg dann, speziell im Süden, auch ein paar Schneeflocken oben geben. Im Flachland wird es mit dem Schnee eher nichts. Im Westen örtlich kurze Graupelgewitter. Also nicht erschrecken, da kann für kurze Zeit tatsächlich auch mal was Weißes vom Himmel fallen. Aber das ist dann eben Graupel und nicht Schnee. Am Dienstag auch im Süden noch einzelne Schneeschauer. Ansonsten unbeständiges Wetter und im Flachland eben viel zu warm für den Winter. Dann wird es noch deutlich milder. Am stürmischen Mittwoch 10 bis 13 Grad hier maximal ziemlich verregnet. Es ist dann im Süden Donnerstag vorübergehend kühler, aber Schneeflocken wie gesagt nur vereinzelt im Bergland. Und am Freitag wird sich die Wetterlage wahrscheinlich eher von seiner trüben und teilweise auch verregneten Seite zeigen. Ja, der Januar bleibt sich treu mit viel zu hohen Temperaturen. Acht bis zehn Grad die Maxima.